Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Candle. Ich bin heute wieder auf die Jacken nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Dorflebenküste. Ich habe das Spiel schon heruntergeladen, ich werde es jetzt mal starten. Okay, dann Vollbild, geht auch. Schön. Ich habe das ganze Spiel auch schon mal gespielt gehabt. Ich hoffe mal, dass es meinen Spielstand findet oder auch nicht, weil ich weiß gar nicht mehr, was man da machen muss. Aber es ist mein Spielstand. Ja. Ach nee. 11 Euro, 16 Euro, 5 Euro, 50 Euro und 1,10 Euro. Tag Nummer 5. Ach nee, heute. Schade. Kalender. Okay. Tägliche Quest. Okay, dann ist das hier alles. Oh, ist das aber viel, was wir machen müssen. 12 Getreidefarben. Getreidefarben. Was ist das hier? Also, 12 Getreide. Also, 12 Getreide. Das sind schon mal 5. Dann brauchen wir... Weizen. Das sind 12 jetzt. 5 habe ich schon fertig. Schau mal nach. Ja. Ach. 5 habe ich gefarmt. Warum steht es denn da in 7? oder? Das ist eigentlich. Oh, ich meine... Okay, dann war das auch schon fertig. Dann haben wir den jetzt auch fertig. Habe ich den noch da? Ich muss da mal pflanzen, ach deswegen. Fünf Stück Pflanzen. Weizen. Okay, 20.000 Gold habe ich noch. Fertig. Und ich gehe zur Obst. Ernten. Drei beliebige Bäume. Jetzt füttern, produzieren sie Produkte von einem beliebigen Tier. Okay. Okay. Da brauche ich jetzt die Klee. Da brauche ich Mais. Warum habe ich denn da Getreide getan, wenn ich Mais brauche? Da brauche ich. Da brauche ich. Da brauche ich. Oh, da ist der Rock Band. Okay. Da brauche ich. Da brauche ich. Da brauche ich mit einem Weichelchen. Das ist richtig. Oh, das ist gut. Drei. Das ist gut. Drei. 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 Ich teue das. Daa, naa, 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 naa... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wie konnte man die wegbewegen? Wie ging das? Jetzt rückt lassen? Ah, genau. So Wieviel baute man nochmal Felder an? Okay, was habe ich noch? Was ist das hier? Ich sammle fünfmal Nachbarschaftsbelohnungen. Nachbarschaftsbelohnungen. Wo waren die Hände? Dein Hausbesuch, Deine Nachbarschaft. Okay. So, war das jetzt eine Nachbarschaftsbelohnung? Jawoll. Jetzt sind noch vier. Oh weia, ist das viel lieber. Oh weia, ist das viel lieber. Oh, hier kommt das Haus hin? Okay. So sieht das dann später aus. Na ja, meins sieht nicht so aus. Meins sieht besser aus. Hahaha. Na ja, schau mal. Da riechen. Da riechen. Na gut. Da sind noch diese Sandkästen und diese Säcke, die Mehlsäcke. hier. Verstehe ich nicht. Wo ist denn das? Oh, schön. Also es fehlen noch solche Mehlsäcke und auch für so eine Holzkiste. Die Holzkiste könnte was zum produzierend sein. Sowas in der Art. Die Mehlsäcke könnten das hier sein. Aber ich sehe da nichts. Gut. Dann gehen wir zum nächsten. Der hat nur solche Mehlsäcke. Hier ist noch mal sauber machen. TESA SF. Okay. Keine Ahnung wo das sauber machen ist. Neut. Lautsprecher Ah, hier ist sauber noch Hier ist ein Chicken Dann gehen wir mal hier raus. Noch einen brauche ich 5 Ok Gut, dann haben wir den jetzt auch Was ist hier? Zufügen Hm Dann kommt man hier wieder raus Hilfe 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 Ach, kein Drumbleiben Scheiße Wie kommt man hier raus? Das oder? Dorfleben Küste Ich weiß zwar nicht was das Spiel hier mit Küste zu tun hat, aber 1 Ich habe doch gerade schon 5 Ich bin verwirrt Dann machen wir das hier was Schaub Man Permanent Man 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 Ok. 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 Hier Na gut, dann soll der Hund da mal gut Kram Nein Upsa Was hab ich gemacht Was hab ich gemacht Nein Nein Das Spiel ist so anstrengend Krabbel 10 Truhen aus Ist dabei Nutze 3 mal Energie Das Spiel ist so anstrengend Das Spiel ist so anstrengend Die Ausdauer Deines Haustiers um 90 Erhöhe die Verkaufsfähigkeit Deines Haustiers um 6 Wofür ist denn was Wofür ist denn was Aber erstmal die Ausdauer Wofür braucht ein Hund Sachen Oder Klamotten Oder ein Halsband Hilfe Hilfe Okay Gut gemacht Such weiter Da ist noch eine Kiste hinter Und da Und da Und da Natürlich, ich sollte hier wieder Hundefutter kaufen. Wo kriegt man hier Hundefutter her? Ich sehe hier kein Hundefutter. Soll ich jetzt hundertfünf Sachen durchklicken? Ich habe es schon mal gemacht. Warte mal. Hundefutter. Wie heißt das Hundefutter? Ach je. Eine Kiste. Geld kann ich gebrauchen. Ich habe gerade zu viel ausgegeben. Jetzt aber noch. Oh. Das packen wir mal weg hier. Oh, wir gehen ein bisschen weiter nach links. Nein, der soll doch stehen bleiben. Das war das falsche. Ach du meine Kacke. Okay. Nochmal. Bleib da stehen. Ah. So. Genau. Dich möchte ich haben. Du kommst da hin. Und du kommst da hin. Nämlich du. Du kommst jetzt hier hin. Oh. Du kommst da hin. Man sieht noch was der produziert. Da auch. Das sehen wir haben. Man sieht noch was da produziert. Da auch. Der auch. Da auch. Gut. Ah, Nachbarschaftshilfe. Keine Ahnung wie das geht. Ich bin keine große Hilfe bei dem Spiel. Ne, ne, ne. Okay, das war auch Nachbarschaftshilfe, oder? Zurück. Bitte, dann lass mal Nachbarschaftshilfe. Ich hab fünf Felder gefarmt. Auch nicht. Auch nicht. Na gut, dann... Pup, pup, pup. Dann geh ich mal da drauf. Fossel ist zu verkaufen. Ich hab noch nicht mal meine alte Energie aufgebraucht. Kann aber schon neue kaufen. Ist vielleicht gut, weil man genau weiß, dass man so und so viel macht. Aber ich weiß ja noch nicht mal wie viel ich mach. Ich weiß nicht, wie viel ich verbrauche. Ich weiß nicht, wie viel ich verbrauche. Verbrauchen. Hmhm. Ich müsste so bepflanzen hier. Ein Feld kaufen. Wo war das denn jetzt noch mal? Was? Eui, 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 eui. Vielleicht hier drauf? Na gut, das war erstmal noch weiter Kram, ich glaube dann mache ich das hier für den Schaden. Die Bestimmung ist fast komplett. Verkaufe 8 Käse zur Scheune. 8. Ah, ok war schon. 8. Sofort verkaufen. Supi. Ah, ich brauchte noch welchen. Den dunklen Käse. Den hier brauche ich. Genau. Dafür brauche ich diese Milch. Und der frisst Gurken. Dann muss ich schnell nochmal ein paar Gurken anpflanzen. Das war ja so. Gurken, 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 Gurken. Fertig. Dann kann ich hier die Milch schon mal reinfüllen. Brauche ich hiervon noch etwas? Käse? Ne, nur die Milch. Das ist gut. Fünf Stück. Also nochmal. Gut gemacht. Such weiter. Das Geschenk. Oh, danke. Wir nutzen einfach alles. Magier. Schön. Hier ist auch noch ein Geschenk. Mehr Gold. Mehr Gold. Was ist das? Mhm, danke dann. Mhm. 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 Nein, ich würde. Gut, 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 noch ein Käse, einer fehlt noch, zwei fehlen noch. Dann schauen wir mal kurz danach, produziere zwölf Säcke Roggenmehl, Roggenmehl, ist sogar noch drinnen. Produziere zwölf Lieb Roggenbrot. Okay. Jawohl. Aber wie kann ich jetzt diese Felder bauen? Mache drei, das und das. So, lalalala. Aber kommen wir später noch auf einmal hin. Erstmal würde ich jetzt den Käse verkaufen. Die restlichen vier. Zwei. Kaffeebohnen. Zum Laden. Noch mal gucken, wieviel? Sieben. Sieben Kaffeebohnen. Schauen wir mal. Irgend da. Sieben. Aber ich war doch vorhin noch, bin auch noch noch am gucken. Was war das für ein Glas? Nutzen. 50 OP erhalten. 50 OP erhalten. Also nur noch warten auf Brot. Das kann man ja schon mal verkaufen. Also 88 Gold für ein Brot ist schon teuer. Ich habe anscheinend hier sehr hochwertiges Essen, was ich produziere. Ich gehe nochmal hier auf Tagesquest. Okay. Ich habe schon sieben Truhen ausgegraben. Das ist ja schon mal hervorragend. Und was ist das hier? Nutze einmal Massenproduktion. Okay. Und das? Lade eine Gastgruppe auf deine Farm ein. Wie soll ich das denn machen? Ha. Ich habe keine Ahnung. WTF. Der ist gut. Zicken Town. My Farm. Die du als Body hinzufühlen möchtest. Besuchen. Ach nee. Hm 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 hm. Was kann man denn hier machen, dass man als Nachbar schafft? Zicken Town. Ich glaube er einfach ist. Ok, wir nochmal hier rein, klauen wir da was, den habe ich schon 5 mal gekauft. Ok, dann gehen wir mal auf WTF, dann noch putzen, den habe ich jetzt auch schon, achso, warte mal, so, komm, ich habe mir geholfen, und jetzt hier, gut, habe ich auch geholfen, jetzt zu der hier, 5 mal geholfen, gefällt mir auch. So, das war doch jetzt 5 Nachbarschaftshilfen, oder? Zurück zu mir, zu mir, zu meinen Hoff, immer noch einmal. Ok, ok, ist das anstrengend. Ich habe keine Milch mehr. Also, erstmal schauen, wo kriegte man die Felder her? Ja. 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 Ei. Wo bekommt man die Felder her? Mensch, es kann doch nicht so schwer sein. Alles, 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 alles. Ich hab nur noch zwei Roggemehl. Danke Hund. Ich hab die nächste Quest fertig. Zubi. Ach je. Was ist das hier? Forre engagiert den Farmbonus einmal ein. Die To-Do-Liste ist voll. Was ist das hier? Nein. 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 Ich hab doch jetzt schon fünf, sechs Stück komplett geholfen. Warum wird das nicht als Nachbarschaftshilfe angezeigt? Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Ah, Menos Ah, okay Ah, okay Ah, ta Menos Good Ah Mein ID F H M P H M Okay Merkt euch die Und ladet mich ein Und helft mir Wenn ihr wollt Also ich will nicht Erweitern Erster Den erweitern Okay, erweitern Erweitern Da brauche ich die Maultaschen für Die kann ich noch nicht machen Level 15 habe ich noch nicht erreicht Und produziere 15 Flaschen Wein 15 Flaschen Wein Dafür brauche ich erstmal Deine Action kostet dich 3 FG Bist du sicher? Äh Was ist FG? Okay 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 Kein FG mehr Ach, das ist das hier, ne? FG Ah, ich habe da goldene, kann ich die umwandeln? Oh, kriege ich zum Verflucht nochmal? Oder gibt es gar keine mehr? Darf ich vielleicht nicht mehr? Wie so viele Felder haben in meinem Levelbereich? Das kann ja natürlich auch sein Das kann ja natürlich auch sein Das wird es bestimmt sein Okay, Doki Du brauchst Essen, ja? Hundi Hundi, Hundi, Hundi Das? Okay, Doki Einmal gekauft Einmal gekauft Bitteschön, Hundi Ich habe es hier doch jetzt einmal Wie kann ich denen das geben? Wie kann ich denen das geben? So Leute Ach, ne Mein Kopf tut schon weh Ich weiß nicht, wie das hier geht Ich denke mal die Leute, die das hier öfter spielen Die werden wahrscheinlich sagen Oh mein Gott Deswegen was macht er da? Der spielt hier Wie lange spielt er schon? 50 Minuten? Und Hat gerade mal Eine Quest von denen hier fertig gemacht Die sagen sich bestimmt alle Was für ein Trottel Aber ehrlich gesagt ist mir das egal Machen wir nochmal hier Volles Programm rein Da Volles Programm Hier werden wir Mais anbauen Mais 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 Und Da kommt noch einmal Nein, kein Mais rein Ach, Mensch Fertig Egal Dann kommt hier nochmal Getreide Gurken Genau Gurken fehlen noch Da Gurken, Gurken Fertig Und Hier Brauchen wir dann nochmal Gurken Mais Klee Weizen Das sind so meine Sachen Die ich hier Anscheinend immer produziert habe Ich weiß nicht wie Also Kaffee ist jetzt ja neu Dazugekommen Naja, was soll's Gut, das war's für heute Bist du sicher? Ja, ich will verlassen Ja Ich will verlassen Geht doch Ah Mein Facebook Account Von RedDogs So, da haben wir jetzt schnell Mein TikTok gut Grille, wie ich sagte Ja, voll Grille Gut Gut Das war's für heute Ich hoffe ihr hattet Spaß Ich nicht Mein Kopf der qualmt Ich würde mich freuen, wenn ihr nochmal ab nächstes Mal euer seid Bis zum nächsten Mal Viel Spaß und auf Wiedersehen Ciao, ciao